Ich habe, wie Sie sehen, recht wenig auf der Bühne, vor allem vier Fußpedale, mit denen ich in der Lage bin, meine Stimme aufzunehmen und aufzunehmen und aufzunehmen und aufzugeben. Damit versuche ich Sie jetzt, den ganzen Arm zu unterzulegen und aufzunehmen. und aufzunehmen. Stellen Sie sich vor, eine Zuckerwatte, eine Trommel, in die man Zucker hineinschüttet, der sich dann mit Zuckerwatte verspimmt. Eine Art Zuckerzentrifuge. Das versuche ich jetzt mit Worten und sehen und gucken, ob die Hähnchen halten. Das versuche ich jetzt mit Worten. Das versuche ich jetzt mit Worten. Das versuche ich jetzt mit Worten. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018